hier und willkommen zu einem kleinen info video ja das ist info ich werde morgen oder heute weiter den 18 11 2016 einen ungefähr acht ständigen live team machen frühes von 14 15 wird starten und enden zwischen 20 und 23 uhr zumindest wenn ich bis dahin noch lust habe aber ich glaube schon ja ich was angekündigt haben ich stelle den zwischen die beschreibung und dann sehen wir uns morgen beim live stream bis morgen oder wenn ihr es nachher